Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 500 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hast du eine Allergie oder hast du dich erkältet? Brauchst du noch ein Taschentuch? Hast du eine Allergie oder hast du dich erkältet? Brauchst du noch ein Taschentuch? Der Vortrag war gut. Wir haben viel gelernt und applaudieren. Der Vortrag war gut. Wir haben viel gelernt und applaudieren. Der Vortrag war gut. Wir haben viel gelernt und applaudieren. Ich helfe dir mit deinen Haaren. Bei der Vorführung sollst du doch gut aussehen. Ich helfe dir mit deinen Haaren. Bei der Vorführung sollst du doch gut aussehen. Ich helfe dir mit deinen Haaren. Bei der Vorführung sollst du doch gut aussehen. Ich helfe dir mit deinen Haaren. Alle anderen Kinder dürfen mehr als ich. Mir wird alles verboten. Ich bin traurig. Alle anderen Kinder dürfen mehr als ich. Mir wird alles verboten. Ich bin traurig. Dank gesunder Ernährung und hartem Training habe ich mein Idealgewicht erreicht. Dank gesunder Ernährung und hartem Training habe ich mein Idealgewicht erreicht. Jeder will etwas von mir. Ich kann nur eine Sache nach der anderen erledigen. Alles andere bereitet mir Kopfschmerzen. Jeder will etwas von mir. Ich kann nur eine Sache nach der anderen erledigen. Alles andere bereitet mir Kopfschmerzen. Mit der neuen Kreditkarte kann ich mir viel mehr leisten. Ich bezahle einfach später. Mit der neuen Kreditkarte kann ich mir viel mehr leisten. Ich bezahle einfach später. Seit ich meine Zähne regelmäßig putze, sind sie viel weißer und gesünder. Ich mache alles gleichzeitig. Ich arbeite am Laptop, telefoniere und kümmere mich um mein Kind. Bevor ich Obst und Gemüse kaufe, schaue ich auf Qualität und Frische. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir arbeiten intensiv an unseren Projekten, machen aber immer genügend Pausen zwischendurch. Das Modell der Häuser soll bis morgen fertig sein. Anschließend stellen wir das Projekt unserer Hausbank vor. Ich bin Architektin. Ich plane hauptsächlich den Bau von Brücken an deutschen Autobahnen. Ich bin Architektin. Ich plane hauptsächlich den Bau von Brücken an deutschen Autobahnen. In der Box sind viele verschiedene Schrauben und Muttern, aber die passende Schraube ist nicht dabei. In der Box sind viele verschiedene Schrauben und Muttern, aber die passende Schraube ist nicht dabei. Ich habe bis spät in die Nacht gelernt. Morgen ist die Prüfung. Ich habe bis spät in die Nacht gelernt. Morgen ist die Prüfung. Die Socken sind gewaschen. Jetzt können sie auf der Wäscheleine getrocknet werden. Die Socken sind gewaschen. Jetzt können sie auf der Wäscheleine getrocknet werden. Auf der Werkbank liegen ein Gummihammer, eine Zange, ein Beil und weitere Werkzeuge. Auf der Werkbank liegen ein Gummihammer, eine Zange, ein Beil und weitere Werkzeuge. Auf der Werkbank liegen ein Gummihammer, eine Zange, ein Beil und weitere Werkzeuge. Mein Mann ist für mehrere Wochen geschäftlich im Ausland. Er schickt mir immer Morgengrüße. Mein Mann ist für mehrere Wochen geschäftlich im Ausland. Er schickt mir immer Morgengrüße. Ich verbinde den Anrufer mit der richtigen Abteilung unseres Hauses. So können Anfragen schnell beantwortet werden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin... Wie кас ich ... Wую ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020